Hey und herzlich willkommen zu Part 59 von Let's Play Die Sims 4, Annie Legacy. Wir sind wieder zurück mit unserer wunderbaren Familie Fukuda und Heidewitzka. Hier hängt der Haussegen schief. Also es war ja schon oft in diesem Let's Play so, dass dicke Luft geherrscht hat, aber so schlimm war es glaube ich noch nie. Sowohl Annie und Hinata sind sich die ganze Zeit am streiten und Annie hat im letzten Part auch gesagt, so ich bin so sauer auf dich, lass mich jetzt erstmal in Ruhe, hat in einem anderen Zimmer geschlafen. Ray und Hinata sind auch, also bei denen ist es halt auch super schwierig. Ich habe versucht, dass sie normal miteinander reden, aber dann haben sie sich wieder gestritten und ja, über Ray und Annie brauchen wir gar nicht reden, da ist es einfach wirklich alles rot. Und zwar so rot, dass Annie im letzten Part kurzerhand entschlossen hat, Ray geht jetzt auf ein Militärinternat und das ist einfach so krass und hat Ray so krass verletzt, dass es für die ganze Familie jetzt einfach gerade nicht so gut aussieht und dazu kommt auch noch, dass Hinata nicht mehr allzu lange zu leben hat, denn wir haben im letzten Part auch schon den Hinweis gekriegt, dass er, ja, dass seine letzten Tage gezählt sind. Also ich bin sehr gespannt, was dieser Part heute bringen wird. Ich denke mal, dass der nächste Part dann der letzte Part von dieser Legacy sein wird, dass wir dann einfach mit Part 60 quasi abschließen, finde ich eigentlich eine coole Sache. Ja, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht und wünsche euch jetzt viel Spaß mit diesem Part. Also ich habe hier nämlich jetzt gerade mal das SIM-Profil von Annie aufgerufen, von Ray ausgeöffnet quasi und ihr seht Gefühle von Ray L. gegenüber Annie verletzt. Und ja, das ist natürlich absolut nicht schön, aber für die Story absolut fantastisch. Wir haben uns jetzt bei dem Internat beworben, Hinata und Ray waren dort zur Besichtigung und jetzt meldet sich das Internat dann eben bei uns, wenn es denn dann eine Entscheidung gibt. Ray wünscht sich aber trotzdem freundlich zu Annie zu sein, aber Annie ist gerade so unnahbar. Ihr seht, bei ihr ist einfach alles so durcheinander. Sie ist einfach irgendwie so in Rage und sie findet da gar nicht mehr raus. Also es ist einfach nur belastend. Ihr seht schon, Hinata, oh mein Gott, ist krank. Okay, gut, da müssen wir uns gleich auch noch drum kümmern, dass wir für ihn dann Medizin kaufen. Warte mal, ich glaube, das kann man doch auch dann... Gott, ich dachte gerade, Pascal wäre jetzt auch noch gestorben. Ich glaube, das kann man doch auch über den PC kaufen, oder? Oder bis Handy? Also das ist tatsächlich selten der Fall, dass meine Sims krank sind. Das finde ich immer toll, weil normalerweise wäre das wieder typisch, dass das von Sims auch überstrapaziert wird und die am laufenden Meter alle krank sind. Medizin kaufen und dann hoffe ich, dass es gut ist. Das von Ray ist ja wieder weggegangen zum Glück. Du kannst dich dann jetzt mal nochmal wieder um deinen Hamster kümmern, weil Pascal hat anscheinend auch nicht mehr lange zu leben. Beim letzten Mal haben wir da auch schon wieder eine Information bekommen, dass es ihm auch nicht mehr allzu lange am Leben hält. Aber naja, mal schauen. So, das kannst du aber trotzdem wegwerfen, mein Lieber. So, und dann werden wir hier mal nochmal den Running Man verkaufen. Und dann kann Ray nämlich auch mal ein bisschen malen, weil das habe ich ja im letzten Part auch gesagt, dass das ja ihre Art von Auszeit quasi ist und ihre Art von Entspannung. Deswegen werden wir jetzt mal ein großes, abstraktes Gemälde machen. Hinata versucht es nochmal und geht wieder zu seiner Tochter hin. Gestern hat das nicht so gut geklappt. Ich gucke mal, ob die zwei jetzt wieder besser zueinander finden. Die streiten sich halt die ganze Zeit random auch, ne? Also ohne, dass ich das mache. Das ist halt so krass. Okay, aber gerade können sie mal wieder miteinander lachen. Und das finde ich eigentlich ganz schön vor dem Hintergrund, dass Hinata leider ja auch nicht mehr ganz so lange bei uns ist. Also wenn wir hier auf seine Symbologie schauen, ist das auch schon am glitzern. Das heißt, es ist wirklich ganz, ganz kurz bevor. Andy wird schon wieder angerufen von Marvin. Hör mal, mach, was du willst, Marvin. Guck mal, die zwei, die führen so ein bisschen so ein Gespräch nach dem Motto. Weißt du, Ray, ich hoffe, du weißt, dass wir immer nur das Beste für dich wollen. Ich weiß, dass es oft nicht ganz klar ist, weil, naja, deine Mom ist sehr impulsiv. Sie will aber auch nur das Beste für dich. Du bist das Wichtigste, was es für uns gibt. Oh, okay, Ray ist doch noch krank. Und wir haben die Information bekommen, dass Ray angenommen ist. Ach du Scheiße. Das versucht Hinata jetzt ja gerade so ein bisschen unter den Tisch zu kehren. Und sagt, also, dass Annie das halt später klärt. Und versucht Ray einfach ein gutes Gefühl zu geben. Weißt du, selbst wenn du auf diese Schule gehst, das wird toll, weißt du, das wird dein Leben verändern. Du wirst rauskommen. Das war doch das, was du immer wolltest. Dad, ich hatte mir das mit dem Rauskommen ein bisschen anders vorgestellt. Naja, ich wollte die Natur genießen und Freunde finden. Und nicht isoliert an einem Internat sein, wo es nur darum geht, immer der Beste zu sein. Naja, das ist einfach nicht das, was ich wollte. Und Hinata sagt dann, ich weiß, mein Schatz, es tut mir sehr leid. Du wirst deinen Weg gehen, da bin ich mir sehr sicher. Aber jetzt gerade ist es wichtig, dass du auf mich und deine Mutter hörst. In Ordnung? Und jetzt hole ich dir ein bisschen Medizin, weil du bist auch krank. Das ist echt einfach nur schrecklich, Leute. Ich habe gerade gesehen, dass es hier am PC auch noch eine Option gibt. Oh mein Gott, guck mal, das ist so großartig. Der PC ist ja für Ray gesperrt und wir können dann nur die Schulsachen machen. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Einfach großartig. So, aber ich habe gerade gesehen, dass es am PC auch noch eine Option von der Mod gibt. Ich will mal kurz schauen, was es da gibt. Research, Asexual, Aaromity, Spendium, Gender Identity. Süß. Voll cool, was es da noch gibt. So, und wenn wir dann später hier drauf gehen, können wir Ray in der Schule einschreiben. Aber das soll Annie machen, weil das dann ja so Annie's Ding quasi ist. Ray L's Hormontherapy has yielded solid results. And now personally more like it should be. Doesn't do anything and then you put into this for you, but it has never... Wie toll! Sehen wir jetzt noch einen Unterschied? Warte mal, wir gehen noch mal in den Create a Sim. Also ich habe ja im letzten Part schon gesagt, ich weiß nicht ganz genau, wie diese Mod funktioniert. No way. Oh mein Gott, Ray! Ach du Scheiße. Ray, du siehst so... Ich kann nicht mehr. Ich habe Pipi in den Augen. Oh mein Gott, Ray, du siehst so anders aus. Ich kann nicht mehr. Oh mein Gott. Oh mein Gott, es ist... Oh mein Gott, ich... Sorry Leute, dass ich jetzt so rumquietsche, aber ich freue mich so für Ray. Ich freue mich so für sie. Oh mein Gott, wie toll! Also ich weiß natürlich, dass es im echten Leben nicht ganz so schnell geht, aber ich finde das super cool, dass das hier so möglich ist mit der Mod. Und dass man dann halt so tolle Storys auch so spielen kann, ohne dass man das halt im Create a Sim alles selber so manuell einstellen muss. Hammer! Einfach nur Hammer! Ich finde es richtig, richtig, richtig toll. So, jetzt hat Ray auch mal Medizin genommen. Dann geht es ihr hoffentlich auch gleich besser? Nee, irgendwie noch nicht. Wisst ihr, was die zwei jetzt mal noch machen? Ganz zum Entsetzen von Annie, aber sie ist ja nicht da. Sie gehen eine Runde spazieren. Das finde ich sehr, sehr süß. Wenn die zwei jetzt mal hier zu... Ach ja, guck mal, die gehen jetzt zu dem alten Grundstück, wo Hinata und Annie vorher gewohnt haben und wo Ray auch geboren wurde quasi. Und dann werden die von dort ein bisschen spazieren gehen und den Kopf ein bisschen freikriegen und sich nochmal voneinander verabschieden. Weil ich weiß nicht ganz genau, wie das dann mit dem Internat ist, ob Ray dann direkt da hingehen wird. Ich bin gerade irgendwie durch die neue quasi, dass Ray sich so verändert, bin ich schon ein bisschen gewillt, ihr noch ein paar Outfits zu geben. Sorry, dass ich jetzt nochmal den Creators umgehe, aber sie sieht so schön aus. Also nicht, dass sie vorher nicht auch schon schön war, aber ich würde ihr so gerne noch ein paar mehr Outfits geben. Guck mal, mit so einer Blumenjacke noch. Wir können auch gerne nochmal bei den Haaren gucken, weil ich finde, jetzt sieht das irgendwie ein bisschen komisch nach hier oben aus. Wir gucken gleich mal, ob wir vielleicht noch was anderes finden. Dann vielleicht so eine bunte Hose dazu. So sehe ich Ray. Also Ray soll so einen richtig individuellen Style haben. Halt so, wie wir das noch nie hatten. Also, ist jetzt nicht so außergewöhnlich, aber ich liebe das Outfit. Richtig schön. Dann ziehen wir dazu vielleicht auch ein paar, oh mein Gott, ja so Kuhschuhe wären eigentlich auch geil, ne? Aber ich glaube, ich würde ihr dazu gerne die Chucks auch wieder geben. Die passen da sehr gut dazu. Chucks bitte an Kasse 3. Chucks bitte. Süß. Oh mein Gott. Okay, warte mal. Wir schauen mal ganz kurz bei den Haaren. Also Haare sind noch als männlich gelistet, aber das können wir ja ganz einfach wegdrücken. Oh mein Gott, Ray. Du süßes Wesen. Ich kann nicht mehr. Sie sieht so süß aus. Guck durch sie an. Oh mein Gott, die Aura-Frisur. Guck mal, wie gut sie hier steht. Ich meine, wir können jetzt... Sollen wir ihr jetzt so richtig lange Haare geben? Weil dann können wir ja immer noch hinterher überlegen, ob wir die dann halt abschneiden, wenn sie dann abhaut. Ich glaube, das finde ich gut. Dass sie jetzt dann so richtig lange Haare hat. Oh mein Gott, Ray. Du machst mich fertig. Du machst mich absolut fertig. Es ist so süß. Ich glaube, bei der formellen Kleidung tragen wir dann vielleicht so einen Pferdeschwanz. Mein Herz kann das alles nicht verkraften, Leute. Das sieht so toll aus. Und je weiblicher Ray sich eben auch fühlt, desto mehr traut sie sich dann auch Kleider und sowas zu tragen. Deswegen wird sie jetzt bei der formellen Kleidung dann auch ein Kleid auswählen. Ich gucke mal. Ich glaube, wir nehmen das Kleidchen. Das ist jetzt noch nicht so super extravagant und so, aber ich glaube, das ist halt etwas, wo Ray sich dann so nach und nach dran traut. So ein paar Sandalen dazu. Süß. Und Ohrringe. Die Lumos Ohrringe. Nur die Clashen mit den Wimpern. Süß. Also, falls ihr es noch nicht wusstet, meine Schmuckkollektion gibt es jetzt auch als Custom Content bei Pauluna. Süß. Und jetzt müssen wir natürlich auch mal meinen eigenen Schmuck verwenden. Deswegen trägt sie da jetzt dann die Lumos Ohrringe. Die süße Maus. Oh mein Gott. Ich kann die mehr. Ja, okay. Damit wir jetzt auch nicht allzu viel Zeit hier im Creative Sim verbringen, werden wir das... Oder eins noch. Komm, eins noch. Sie kriegt noch ein heißes Wetteroutfit. Neben diesem Iconic Lutzanzug quasi kriegt sie jetzt noch etwas, was ein bisschen kürzer ist, weil es ist nun mal Hochsommer. Und ich glaube, da würde sie dann vielleicht auch ein bisschen was Kürzeres tragen. Okay, so finde ich, glaube ich, auch noch richtig süß. Okay, reicht. Reicht, Possibility, reicht. Das ist so toll. Okay, ihr Süßen. So, und jetzt geht Renata... Renata. Hinata, I was a Ray. Und werden ihr eben dann eine Geschichte von diesem Haus erzählen. Denn hier haben Hinata und Annie angefangen. Hier hat ihre Liebesgeschichte begonnen. In diesem wunderschönen kleinen Häuschen hier in Mount Comoraby. Richtig, richtig süß. Guck mal, die Post ist immer noch im Briefkasten. Und wenn er die Geschichte eben erzählt hat, werden wir dann noch eine Runde spazieren gehen. Ich würde gerne hierhin wandern. Ich hoffe, das klappt, weil irgendwie sind die ja immer stecken geblieben. Wir wandern zum Tempel mit Ray. Und guck mal, jetzt wo er beim alten Haus war, erinnert er sich eben an die guten alten Zeiten und an die Liebe zu Annie und wird direkt kokett. Das ist sehr, sehr süß. Guck mal, die zwei gehen wandern. Leider ohne Oli. Das wäre natürlich jetzt das Nonplusultra, wenn er auch dabei wäre. Aber guck mal, ihnen geht es beiden gut. Sie sind beide glücklich. Die gute alte Zeit. Ach, schön. Das macht mich sehr froh, dass die beiden jetzt nochmal hier richtig schön Zeit miteinander verbringen. Auch wenn die Zukunft ungewiss ist und man nicht weiß, wie das Band zwischen der ganzen Familie weiter existieren wird oder eben nicht. So, hier sind die dann nämlich immer stecken geblieben. Ich hoffe, das klappt jetzt natürlich nicht. Ah doch. Alles gut, Leute. Sie gehen weiter. Sie wandern fröhlich weiter. Eigentlich müsste Annie jetzt hier bei sein, weil sie muss ja noch von Wildtieren angegriffen werden. Aber, ja, sie ist leider immer noch arbeiten. Das klingt auch wild, ne? Sie muss noch von Wildtieren angegriffen werden. Aber es muss halt sein. Aber ich glaube, das schaffen wir nicht mehr. Ach, guck mal, süß. Sie schauen sich um, schauen alles genau an. Das ist so ein schönes Feature. Ich wünschte, dass es das halt auch in anderen Welten geben würde, dass es da immer so Wanderstrecken gibt, wo die dann halt so lang wandern können. Ray erzählt jetzt, ah ne, Hinata erzählt währenddessen jetzt nochmal einen kleinen Witz, damit das einfach ein super, super schöner gemeinsamer Tag wird. Und er denkt schon wieder an Cupcakes. Und er denkt schon wieder an Cupcakes. Und er denkt, oh mein Gott. Und guck mal, direkt nach dem Gespräch gerade kam Minus-Freundschaft. Minus-Freundschaft. Das ist so krass, weil, ja, Ray dann halt mal wieder dran erinnert wurde, was ihr bevorsteht. Und dass sie ihren eigenen Weg gehen muss. Und das wird ihr immer klarer und klarer. Und jetzt sind wir beim Tempel. Und ihr erinnert euch vielleicht noch dran, wir waren hier bei diesem Tempel schon mal und haben uns schon mal Dinge gewünscht. Denn hier haben sich zum Beispiel Ella und Corrie damals verlobt. Ja, und deswegen werden wir einen Wunsch aufschreiben. Und Ray wünscht sich einfach nur, für immer glücklich zu sein. Ach, macht sie schon. Süß. Oh mein Gott, süß. Und dass, ja, ihre Familie wieder glücklich wird. Und dass sie einfach wieder zueinander finden. Und dass ihre Mom sich vielleicht alles nochmal ein bisschen anders überlegt. Oh mein Gott, und da denkt sie so, gar keinen Bock auf die. Und dann schreibt sie noch einen weiteren Wunsch auf, der nur ganz persönlich ist. Wo sie schreibt, dass sie hofft, dass sie ihren Weg finden wird. Und dass sie glücklich wird. Und dass sie die Frau wird, die sie schon immer war. Toll. Okay. Schön. Und, ja, dann müssen wir jetzt nach Hause zurückkehren. Obwohl, wartet kurz. Hinata soll auch noch einen Wunsch aufschreiben. Er schreibt nämlich das Gleiche, was Ray auch auf ihren Zettel geschrieben hat. Dass er sich einfach nur wünscht, dass einfach alles gut wird. Und die Familie wieder zueinander finden wird. Gejammer von Ray anhören. Ich will nicht dahin, Dad. Kannst du nicht nochmal mit Mom reden, dass ich vielleicht doch eine andere Möglichkeit bekomme? Und er sagt, nein, mein Schatz, das ist leider nicht mehr möglich. Jetzt gehen wir nach Hause. Und dann beginnt der wichtigste Schritt für Rays Zukunft. Nämlich, dass Annie sie an dem Internat einschreibt. Letztendlich, dass wir die 750 Simoleons überweisen. Und Ray zukünftig an das Militärinternat gehen wird. Hallo, hier sind wir wieder. Wo ist Annie? Ja, sie ist wieder total benommen von der Arbeit. Aber immerhin geht sie ansonsten ganz gut. Sie hat natürlich mal wieder nicht so viel Spaß. Aber das kennen wir ja auch schon. Und jetzt wird Hinata mal ganz kurz mit ihr sprechen. Werden ihr eine tiefgründige Unterhaltung vorführen. Oh, hier ist schon wieder Stress irgendwie. Und werden ihr eben von einem Gespräch berichten, wie es war. Und werden vielleicht nochmal so andeuten, hey, wollen wir uns das vielleicht nicht nochmal überlegen? Ray, mach das wirklich zu schaffen. Sie will dort nicht hin. Jetzt guck mal, sie sind extra ins Wohnzimmer gegangen. Und Annie sagt, nein Hinata, ich bin mir sicher, dass das das Richtige für sie ist. Okay, wir sind uns einig. Dann werde ich das, oh mein Gott, guck mal, sie hat keinen Bock auf sich selber. Dann werde ich das Ganze nun vollziehen. Und sie dort anmelden und in der Schule anrufen. Und somit ist Ray nun an einem Internet angemeldet. Ich bin so gespannt, was nun passiert, Leute. Ich habe das noch nie gemacht, ne? Schule abgebrochen, okay. Ray L. ist nun formell eingeschrieben. Gegebenenfalls wurde eine Einschreibung. Okay. Ist im Sommer eher aus dem Internat zurück, habe ich mir schon fast gedacht. Aber wir werden das natürlich drücken. Also weil die Mod sagt halt, dass Sommerferien werden. Aber wir werden drücken, dass jetzt natürlich keine Sommerferien sind. Ray L. geht aus dem Internat. Oh mein Gott. Unter Druck. Guck mal, die ganzen Stimmungen. Die Gefühlsschwankungen, die Ray hat. Nun muss sie mitten in der Nacht. Oh mein Gott. Und Annie. Annie hat das jetzt, das Fass hat sie zum Überlaufen gebracht. Annie ist jetzt ausgebrannt. Oh mein Gott. Ray ist im Internat. Verwägbare Urlaub, 30 Tage. Oh mein Gott. Das ist so krass. Wir können sie halt jederzeit zurückholen. Aber ja, sie ist jetzt da. Hinata ist schon ins Bett gegangen, weil er das Ganze nicht ertragen kann. Und er kommt mit seinen Gefühlen nicht zurecht. Und ja, hat sich deswegen überlegt. Ich lege mich schon mal ins Bett, mein Schatz. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Okay. Und jetzt wird Annie nochmal ein bisschen lesen. Geht das? Geht. Let's go. Also wie gesagt, ich glaube, wir werden das eh nicht mehr schaffen. Aber das hier werde ich jetzt mal erfüllen. Weil das haben wir auf jeden Fall schon gemacht. Das war ein Bug. Aber das mit den drei Wildtierangriffen. Weil guck mal, wir waren jetzt auch wandern und wurden nicht angegriffen. Deswegen glaube ich, dass wir es nicht mehr hinkriegen. Und ja, jetzt ist sie eh wieder zu gestresst. Ja, können wir nicht lesen. Schade. Gerade als Ray ins Internat ist, die Gefühle wurden einfach zu viel für Hinata. Das wird Annie zerstören. Das wird sie zerstören. Oh mein Gott. Und Annie wird die schlimmste aller Entscheidungen treffen. Nämlich, sie wird Ray zunächst nichts davon erzählen. Ich weiß, das ist total skurril und ihr sagt, hey, natürlich würde Annie ihr davon erzählen. Aber sie ist nicht im richtigen Mindset. Sie ist total gestresst, burn out. Sie weiß nicht mehr, was richtig und was falsch ist. Und deswegen wird sie Ray zunächst davon nichts erzählen, dass ihr Vater von uns gegangen ist. Sie wird sich erstmal ein paar Tage hier isolieren und ihren Mann betrauern. Oh mein Gott. Sie wird Witwe, weil wahre Liebe verloren hat. Es gibt kaum etwas Traurigeres als die Trennung eines Ehepaares durch den Sensenmann. Oh mein Gott, Annie. Das bricht sie. Das bricht sie komplett. Oh, ich wusste das ja. Und ihr denkt euch wahrscheinlich, Nina, das war doch klar. Ich bin so froh, dass Ray und Hinata wenigstens jetzt noch so einen schönen Tag zusammen hatten heute. Aber das ist wirklich genau passiert, als Ray das Haus verlassen hat. Und ich auch noch sage, Hinata ist schon ins Bett gegangen, weil er sich halt nicht gut gefühlt hat und ihm die Gefühle irgendwie zu viel wurden. Und kurz darauf hatte er einen Herzinfarkt und stirbt. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr. Okay, Annie wird sich jetzt auf jeden Fall erstmal Urlaub nehmen. Aber sie hat eh morgen und übermorgen frei. Und wird sich nun ins Bett legen und einfach nur weinen. Und nachdem sie so viel geweint hat und ihre Augen einfach nur brennen, fallen ihr die Augen zu. Oh mein Gott. Die Grundschulzeit ist jetzt vorbei und Ray, Alice sind Jugendliche. Möchtest du, dass sie eher weiterhin das Internat besuchen? Das ist gemein. Werden uns jetzt nochmal 750 Simole jetzt abgezogen? Nein, okay. Oh mein Gott, guck mal. Wir haben nur noch zwei Sims im Haushalt. Annie, schlaf noch ein bisschen. Ich weiß, es ist schwierig, aber versuch dich noch ein bisschen auszuruhen. Oh mein Gott, ich weiß nicht, wann Annie mal so lange geschlafen hat. Wir haben 11.30 Uhr. Sie ist natürlich am Boden zerstört. Sie möchte einfach nur vier Stunden glücklich sein. Girl, ich kann nicht mehr. Sie geht jetzt auf Toilette, wird versuchen, diesen Tag irgendwie hinter sich zu bringen. Ich glaube, sie wird jetzt ein bisschen auf den Berg gehen, weil das immer etwas ist, was sie abgelenkt hat. Was natürlich jetzt gerade kein guter Zustand ist, das wissen wir alle. Aber es wird ihr vielleicht helfen. Oh, jetzt isst sie ein Stück Honigkuchen zum Frühstück. Weil er sie an ihre Familie erinnert. Oh mein Gott, das ist das Traurigste, was ich je gesehen habe. Sie hat ihr Kind auf ein Internat geschickt, weil sie dachte, das wäre das Richtige für sie. Und in der gleichen Nacht stirbt ihr Ehemann. Das hast du nicht verdient, Annie. Das hast du nicht verdient. Auch wenn es deine Entscheidung war. Okay. Und nun wird sie sich umziehen und wird nicht ins Bett gehen und weinen. Nein, nein. Wir gehen ein bisschen auf den Berg und vertreiben uns dort unsere Zeit. Annie ist so verwirrt, dass sie nicht mal mehr weiß, was man auf dem Berg anzieht. Aber, oh mein Gott, werde ich sie jetzt wirklich noch ein bisschen Ski verleihen? Ja, komm Leute. Warte, was habe ich gesagt? Snowboard oder Ski? Snow, glaube ich, ne? Ja. Aber nur die einfache Abfahrt. Snowboard auf leichter Abfahrt. Niedrige Intensität. Mehr habe ich nicht im Angebot für dich. Und Janet schreibt ihr eine SMS. Hey, Annie, ist alles in Ordnung bei dir? Ich habe lang nichts mehr von dir gehört und ich mache mir langsam echt Sorgen. Aber Annie will sich jetzt nicht bei ihr melden. Annie will Snowboard fahren. Das war diese Frau. Und weil sie nicht auf die SMS geantwortet hat, ruft Janet dann nochmal an. Aber Annie geht immer noch nicht dran. Ich finde diese Geschichte so toll mit Janet und Annie. Ich meine, es hat mit den beiden angefangen. Die besten Freunde für immer. Und jetzt ist ihr Ehemann gestorben. Und Janet hört nicht auf, sie anzurufen. Sie versucht, wie verrückt, ihre beste Freundin zu erreichen. Und es ist einfach so schön. Nach ein paar Abfahrten merkt Annie, dass sie ein bisschen Hunger hat. Geht jetzt noch ein bisschen hier was essen. Also irgendwie bringt das Snowboarden voll wenig. Als sie gestartet ist, hatte sie 34%. Jetzt hat sie 36%. Also ich glaube, wir müssen sie das doch eher lesen lassen. Vielleicht bringt das mehr. Und nachdem sie jetzt was gegessen hat, werde ich sie jetzt noch ein bisschen wandern lassen. Hier. Weil vielleicht wird sie dann ja von einem wilden Tier angegriffen. Also nicht, dass ich das provozieren würde, ne? Aber ja, man kann ja mal gucken. Ganz allein läuft sie hier nun durch die Wälder von Mount Comoraby. Annie, pass bitte auf. Ich will nicht noch einen weiteren Todesfall. Heute wäre ein Ball von Ray, aber der ist natürlich jetzt auch nicht. Ganz klar. Okay, Annie, es reicht mir. Annie ist jetzt spazieren gegangen. Es war wirklich äußerst schwierig. Sie ist alle zwei Meter hingefallen. Aber von wilden Tieren wurde sie leider nicht angegriffen. Sie war jetzt, wie gesagt, wie spät in die Nacht hier oben auf dem Berg. Aber weiß, es ist Zeit, wieder nach Hause zurückzukehren und der Realität ins Auge zu blicken. Und sobald sie durch die Tür kommt, schaut sie auf die Urne, auf ihren toten Ehemann und realisiert, das alles war nicht nur ein Traum. Nein, Lilith Vatore steht vor der Tür. Bitte lass mich in Ruhe. Ich möchte jetzt auch noch ausgesaugt werden. Und dann gehen wir nochmal hoch zur Urne und werden Hinata betrauern. Ich weiß, Annie, ich weiß, es tut so unendlich weh. Und mit diesem traurigen Ausblick auf unsere geliebte Annie, die gerade ein bisschen auf Abwägen ist, werde ich diesen Part beenden. Ich hoffe sehr, dass euch dieser Part trotzdem gefallen hat. Ich weiß, es war herzzerreißend und mit jeder Menge schwierigen Entscheidungen verbunden. Aber es ist, wie es ist. Es ist das Leben, Leute, es ist das Leben. Vermutlich wird, wie gesagt, dann der nächste Part der letzte Part der Annie Legacy sein. Ich hoffe, das geht in Ordnung für euch. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch noch wünscht, beziehungsweise, ja, ob ihr noch eine Idee habt für den letzten Part. Und ansonsten wünsche ich euch dann einen wunder, wunder, wunderbaren Tag und frohen Frieden, lieber Hinata. Macht's gut. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr euch noch wünscht. Schreibt going. Untertitelung des ZDF, 2020